Hallihallo Hallöle! Willkommen zurück zu Skyrim. Weiter geht's. Jetzt müssen wir die Monduhr kontrollieren. Die Monduhr will ich ja machen, aber ich kann irgendwie nichts mit dem Monduhr machen. Ah, mit einem Leben. Noch eins. Wenn ich es euch doch sage, irgendetwas an dieser Monduhr stimmt nicht. Ja, du wiederholst dich. Äh. Mal untersuchen, kontrollieren. Da geht's wohl in den Innenhof. Geht mal von auf? Wo kann man da her? Nee, die Krypta, da kommen wir ja her. Ähm. Da würde ich hin. Weil dann ist ja irgendwas, das ist doch da. Eisen Kraut. Okay, toll, Kirsche. Tu das Rückenblume, ja. Okay, okay. Nordturm. Nehmen wir da mal. Wahrscheinlich brauchen wir da, äh, Embleme erst für die Uhr. Wahrscheinlich, äh. Was ist denn das? Ein Skelett. Noch ein Skelett. Ich gucke nicht runter. Ich gucke nicht runter. Ich gucke nicht runter. So, die Aufblick. Und die Pfeile nehmen wir mit. Wo ist der jetzt wieder? Hä? Der ist verlob. Du. Guck mal, Peer vielleicht irgendwie was ist. Ah. Ein Gargoyle. Ah. 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 Amatisk. Gold, erst brauchen wir nicht. Wie nehmen wir mal mit. Williwets braucht man auch nicht. Wir waren in der Kiste, nehmen wir auch eine Truhe. War ja auch noch. Lass mal öffnen. Pilzschild des schwindenden Blitzes. Nehmen wir mit. Nehmen wir auch mit. Das, das, das. Alles mal sehen. Pfeile. Experte, okay. Könnte interessant werden. Ah, okay. No. Nein, okay. Das war's nicht. Dann vielleicht so. schwer genau zu steuern wie man es gerne haben möchte natürlich mit der maus besser aber es geht auch nicht auch so wie man ja sieht auch erledigt was ist hier noch bleib schmerz interessantes kleiner schrank alles mitnehmen sieben gold nach links da haben wir ein bisschen weiter haben wir es auch schon sehr schön schloss knacken 67 stufe granat stein im augen mit sonst nix und zwei gold baum dass man nicht wirklich wieder hoch genau nehmen also mit der mond ursprünglich ich will hier untersuchen aber ist in mir nix komisch bisschen seltsam oder wieder so ein bug probieren aus schnell speichern rausgehen schließen und mal neu starten vielleicht kann man jetzt die monduhr untersuchen so kommuniziert untersuchen die auch nicht sehr sehr komisch ja im leben ja aber ich habe keine da wird 1 da wird 1 sind ein paar emblemen die fehlen hier dafür sogar zwei kann ich auch nicht anschieben oder so ja ich wüsste wie ich weiterkomme liegen die irgendwo hier rum glaube ich nicht noch ein paar pilze ein sammeln da haben wir schon alles da haben wir schon ein liegen also hier irgendwie rum 5 stück jetzt haben wir schon gefunden bank ich dachte wer was ist aber nix das auch nix hier bestimmt oder tollkirschen lecker mit zimmersohne so so und mangelraspeln so 8 mal das zweite gefunden zweite emblem hängemoos ja ist irgendwie selten sehr sehr selten wird man nicht wirklich oft ein bisschen verwelkt hängemoos denkt einfach so ab das muss man 2 erst mal glasenpilz zimmern und 3 vielleicht reicht nicht schon jetzt mal hier gucken hier noch was ist wenn ich danach aus Nein, hier ist auch nix. Oder haben wir schon alles? Ah, mal gucken. So, Halbmond-Emblem. Vollmond. Da kann ich nichts reinlegen. Da auch nicht. Da kann ich nichts reinlegen. Ah, doch nur drei. Ah. Sehr klug, Mutter. Wirklich sehr klug. Ich bin zum ersten Mal in diesen Tunneln, aber ich würde wetten, dass sie direkt unter dem Innenhof verlaufen und bis zu den Turmruinen führen. Nun, wenigstens kommen wir unserem Ziel näher. Los geht's. Ja, mach mal ruhig. Äh, wir müssen gucken, wie lange ich mich jetzt schon auf. Weiß jetzt gar nicht. Ich kann nicht auf die Zeit geachtet. Äh, mach mal ruhig noch ein bisschen. Da draußen ist es so hell. Ich weiß nicht, wie ihr das ertragen könnt. Ähm, da, 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 da. Das Rätsel auch gelöst. War nicht so schwer. Aber erst mal dahinter, komm. Da bin ich mir sicher. Da kommt es wieder raus, haben wir nie dahinter. Äh, Geldbeutel, Geldbeutel, ja. So, und jetzt? Ich habe diesen Teil der Burg noch nie zuvor gesehen. Seid vorsichtig. Ich weiß nicht, worauf wir hier stoßen könnten. Auch ein paar Skelette vielleicht, oder Untote. Irgendwie sowas. Ganz normaler Wahnsinn. Wir drücken jetzt Eis, Miriam. Ist noch seltener. Knoblauch. Hm, lecker. Äh, ja, die müssen wir nicht. Äh, gehen wir mal hier rauf. Wer ist da? Ich will auch. Und, wenn wir uns hier riefen sparen. Ich will auch. Ich will noch da auf den Tisch. Nein. Die kann sogar ein Skelett beschwören. Mein, mein, meine Frau. Das ist mir unheimlich. Aber nichts Besonderes bei, ne? Leere Weinflasche. Nö, brauchen wir nicht. Skelly? Nein. So. So. Umscheinbar. Ach, geht noch weiter. Die ist Enter. Da ist Enter. Eine Tryppe ist nichts. La, 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 la. Skelett-Virana. Ja, wir könnten auch, äh, sowas wie Skelett zu beschwören, klar. Äh, aber, ich spiele nicht gerne Magier. Ist nix für mich. Granatstein. Mondstein ist eigentlich selten, aber brauchen wir nicht. Räuchertal, komm, wir brauchen auch nicht. Was ist los? Was ist los? Da ist nix. Ist hier irgendwie gar nix. Alles so dunkel hier. Wir sind fast am Ziel. Da bin ich mir sicher. Ja, ich glaube ja auch. Da ist auch nix. Dann gehen wir jetzt hier weiter. Papier oder warum nicht? Also manchmal fällig hier. Ich möchte gerne wissen. Aber ich muss ein bisschen überziehen, aber ich zeige Ihnen nicht so schlimm. Also, machen wir ein bisschen länger heute mal. Ich muss jetzt hier nicht mittendrin aufhören, das ist immer blöder. Wir haben irgendwie nix bei, die Skelette. Nicht wirklich was Gutes. Nur diese Nordschwerter immer. Können sie behalten. Ach, Nordpfeiler. Unten da war ein Bogenschutzbar. Ne Bank. Beschädigtes Buch. Nein, das wollen wir nicht. Ich könnte behalten. Gehen wir mal weiter. Was ist hier noch? Gold. Ne, nicht ein Teller. Gold. Ach, das ist mir zu blöd, die drei, vier Gold einzusammeln. Na, Mann, die ist schon weh. Oh, Rubin, ich stehe nicht mal mit. Das wird euch eine Leere sein. Können wir eigentlich mal gut verkaufen, aber erstmal, falls wir mal welche brauchen sollten für irgendeine Quest. Außer die Makellose natürlich. Äh, ich gebe es erst mal auf. Hi. Da ist nix. Hier seht du mir nix. Ich weiß hier ohnehin nicht viel, aber egal. Das sind noch zwei Gegner. Wer ist da? Das sind mir gescheitert. Bundeskelett. Lauter? Nee, der Rückkehr war das bei. Nö, nö, nö. Woher seid ihr gekommen? Da sind wir gescheitert. Wenn wir die Bücher angucken, können wir nicht aussehen. Wir sind fast am Ziel. Ja, ja. Misch-Taktik. Kennen wir eigentlich noch gar nicht. Äh, kennen wir jetzt. Äh, bestätigt das Buch. Statt der Steine. Auch nix für dich. Man kann wirklich selten ein Buch, äh, irgendwas von lernen. Sehr, sehr selten. Nee, dann hör kommen wir mit dem Song. Wir sind fast am Ziel. Da bin ich mir sicher. Vier, im Moment kann man da hoch. War nicht da. War bestimmt schon irgendwann mal gelesen. Wir sind fast am Ziel. Da bin ich mir sicher. Boah, Frau, ey. Mein Gott, die nervt. Die nervt richtig. Jetzt mal alles untersuchen hier. Bisschen wehig. Wir sind fast am Ziel. Ja. Da bin ich mir sicher. Das ist der Klettbogenschütze. Ist hier noch irgendwas versteckt? Nee, ne? Nö. Nö. Äh, ba-ba-ba-bam. Hallihallo. Ach, der ist schon down. Hat ich die schon gemacht. Äh. Wollte ich doch jetzt machen. Ach, jetzt aber doch. Hallo. Halt, hör nimmer. Ah, der ist schon mal. A, welches der Klettbogenschütze. Ah, der ist schon mal. Ah, der ist schon mal. Was ist denn? Ach, der ist schon immer? Praktisch. Eben-Erz ist immer gut. Damit können wir unsere Waffe- und Rüstungsteile verbessern. Ein paar Punkte. Kann man mit allen Sachen machen, auch mit Eisen zum Beispiel. Da muss man entsprechende Elemente immer für haben, also die Barren immer für haben. Da wir Eben-Erz Sachen equipped wie Waffe haben, muss man Eben-Erz haben. Ich finde, man hat nicht so oft. Das ist ja von ihr, ne? Oh, jo. Äh, geht aber hier nicht weiter. Hier zumindest nix. Ist hier nix. Ja, du wiederholst dich. Ich muss irgendwie da hinten lang. Boah. Boah. Gehen schneller. Ich bin oben. Es muss irgendwo oben sein, aber ich hab nix gesehen. Ne, hier war nix. Ne, noch mal ne Tür. Adept. Die machen wir noch auf. Seien wir da rechts. Ich geh mal erst nach rechts. Muss die ganz entscheidende... Manchmal ist es richtig, manchmal ist es falsch. Er da. So. Du vielleicht? Nein. Okay, ist links. Da ist es diesmal. Aber auch auf. Ne Ruhe. Ja, ich auch. äh, hier komm ich nicht weiter. Der Fallsechmann da hinten irgendwo. Da müssen wir ja hier rechts weiter gehen, aber das geht sowieso nicht. Da ist Ente. Hier ist gar nix. Hm, wieder runter. Wir sind fast am Ziel. Boah, mein Gott. Das nervt total. Äh, bim, 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 bim. Hier geht es runter. Hier war ja auch nix mehr. Kann man nicht zerstören. Wir sind fast am Ziel. Da bin ich mir sicher. Ja, du nervst. Äh, guck mal für Karte. Was steht denn da? Ja. Äh, eine alles sagende, nichts aussagekräftige Karte. Äh, hier oben vielleicht. Hier waren wir doch, ne? Ja klar, hier waren wir doch. Da ist die Tür, die wir schon geknackt haben. Eine Truhe. Ah, 12 Gold. Äh, okay. Äh, ich würde sagen Leute, ich mache jetzt hier Schluss. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Dann suchen wir den Punkt, wo wir auch immer hingehen müssen. Und dann suchen wir den in der nächsten Folge. Wir sind fast am Ziel. Bis dann zu lange die Folge. Und ich würde sagen, das war's für heute. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Skyrim. Bis dahin. Schööööööööööööööööööööö. Ich bin fast am Ziel. Da bin ich fast am Ziel.